Noch ist es ruhig am Millern-Tor. Die Ruhe vor dem Kracher gegen Dortmund. Heute Abend wird das Stadion wieder zur Festung. Ausverkauftes Haus. Viele hoffen auf einen Pokalfight wie in der Saison 2005-2006. Danach war erst im Halbfinale gegen Bayern Schluss. Zuvor hatte der Regionalligist Burghausen, Bochum, Berlin und Bremen ausgeschaltet. Lauter B-Mannschaften. Thomas Meckle stand damals auch auf dem Rasen. Und jetzt kommt wieder ein B. Wir sind in einem Wettbewerb, in dem wir in dieser Saison noch ungeschlagen sind. Praktisch schon alle Spiele in dem Wettbewerb gewonnen haben. Das sollte uns dann doch auch Mut machen für Dortmund. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass bei Dortmund auch ein B mitspielt. Borussia. Das könnte der nächste positive Punkt sein. Und als nächstes muss man halt auch wirklich ganz klar sagen, dass dem FC St. Pauli eine Rolle wirklich richtig gut liegt. Und das ist die Underdog-Rolle. Der DFB-Pokal ist für beide Krisenclubs eine willkommene Abwechslung. Denn sowohl Dortmund als auch St. Pauli stehen in ihren Ligen im Tabellenkeller. Beide Mannschaften hoffen nun auf die Wende. Es ist ja völlig egal, was St. Pauli macht. Wir können wahrscheinlich genauso lange über die Situation von St. Pauli sprechen. Also wir haben jetzt in St. Pauli, bei denen es ja auch nicht gerade rund läuft. Und jetzt am Ende dann sich da hinzustellen und aus unserer Situation irgendwie auch da das zusätzlich Negative noch zu stricken, zu sagen, ja, aber mitspielen werden sie nicht. Das muss uns jetzt wirklich egal sein. Das Duell David gegen Goliath, der FC St. Pauli, geht als krasser Außenseiter in dieses Spiel. Mit Sicherheit wird Trainer Thomas Meckle seine Mannschaft auf das Spiel des Lebens einstimmen. Denn er weiß, wie man die Großen ärgert. In der zweiten Runde ein Heimspiel unter Flutlicht gegen den BVB. Von daher gesehen hoffe ich, dass es auch eine Nacht werden kann, die wieder in die Geschichte des FC St. Pauli eingehen kann. Vielen Dank.